Servus Moin, es ist arschkalt, ich habe ein neues Bike, das ich jetzt aufbaue. Let's go! Oh, wo ist das? Oh, wo ist das? so ein tag später das rad ist fertig ich habe jetzt noch eine schaltung eingestellt und alles hergerichtet das soweit jetzt mal auf die geometrie und das ganze zue ich keine ahnung wie das einstellt habe es irgendwie gemacht klar jetzt erstmal ein bissel ein paar kilometer drauf bringen testen das rad machen richtig und dann kommt auf jeden fall mal noch ein bike check bzw review zu dem Rad viel spaß viel spaß viel spaß